Willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelese-Andacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Heute am Donnerstag machen wir Fortsetzung mit dem ökumenischen Bibelleseplan, der heute zurückkehrt zum Lukas-Evangelium. Und zwar in das 12. Kapitel. Lukas 12, 49 bis 53 ist heute dran, am 21. September. Und ich habe das Thema genannt Wassertaufe, Geisttaufe, Leidenstaufe. Die beiden ersten Begriffe sind uns vielleicht geläufiger. Der letzte, der hat es in sich und darüber gilt es heute ein Stück nachzudenken, was Jesus erlebt hat und wie es auch unser Leben prägen kann. Lesen wir mal rein in diese fünf Verse. Jesus sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage euch nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegermutter, Entschuldigung, die Schwiegermutter gegen die Schwiegermutter. Das sind Verse, wo man ein bisschen braucht, um tiefer zu verstehen und tiefer rein zu blicken. Jesus ist ja als der Friedensstifter gekommen. Selig sind die Friedensstiften. Jesus ist gekommen mit dem Angebot der Versöhnung, dass Gott, der Vater, sich mit den Menschen versöhnen will und darauf wartet, dass sie auf sein Angebot eingehen. Und trotzdem spricht er hier davon, dass eine Wirkung seiner Verkündigung und seines Dienstes ist, dass Zwietracht kommt, Streit gegeneinander. Das ist, wenn man die neutestamentlichen Berichte liest, sowohl in den Evangelien zu den Lebzeiten Jesu als auch in der Apostelschichte und dann später in den Briefen und so weiter, immer wieder deutlich nachzuvollziehen. Da, wo das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, da, wo Gott handelt in der Kraft des Heiligen Geistes, da kommt es immer und immer wieder auch zu Auseinandersetzungen, zu Feindschaft, zu Gegeneinander. Und das beschreibt Jesus hier. Und diese Feindschaft und dieses Gegeneinander hat ja schließlich Jesus auch erlitten, da kommen wir gleich drauf, indem er schließlich zu Unrecht und Ungerecht am Kreuz auf Golgatha sterben musste. Ja, das ist eine Dimension, die wir vielleicht ganz neu begreifen müssen, dass die gute Nachricht von Jesus polarisiert. Und dass es bei weitem nicht so ist, dass Menschen nur darauf warten, dass sie endlich die Botschaft von der Vergebung und von der Liebe Gottes hören wollen, sondern dass es immer und immer wieder der Fall ist, dass Menschen überhaupt gegen Gott rebellieren und deswegen auch überhaupt nicht einsichtig sind, dass auch sie Vergebung brauchen und Begnadigung durch Gott und ewiges Leben allein aus Gnade. Der Mensch ist nicht so gestrickt, dass er einfach Ja sagt zu dem, was Gott ihm anbietet. Und deshalb ist auch durch alle Jahrhunderte hindurch das Christentum, der wahre christliche Glaube aus der Verbindung mit Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes, gebunden an sein Wort, dieses Christentum, dieser christliche Glaube, ist immer angefochten worden, ist immer angegriffen worden. Und das gibt es ja bis heute, das habe ich auch selber in meinem Gemeindedienst in den letzten knapp 30 Jahren immer mal wieder erlebt, dass zum Beispiel Familien sich distanzieren von ihren eigenen Kindern oder Familienangehörigen, weil sie Christen geworden sind. Oder dass es einen riesen Ärger gab im Freundeskreis, weil jemand richtig fromm und gläubig geworden ist und plötzlich viele Beziehungen zerbrachen und man da ausgesetzt war, Verspottung und Feindschaft, Bosheit. Ich habe schon einiges miterlebt, auch wie Menschen, auch bei uns in Deutschland, im deutschsprachigen Europa, einen hohen Preis dafür bezahlt haben, dass sie sich klar und eindeutig zu Jesus bekannt haben und ihm treu geblieben sind. Die Waffe, die Jesus uns gegeben hat in all diesen Auseinandersetzungen, ist die Liebe und auch die Feindesliebe. Deshalb ist das, was Jesus hier in diesen Worten sagt, keinesfalls ein Aufruf zu Zwietracht oder geschweige denn zu kriegerischen Auseinandersetzungen oder ähnlichem. Jesus beschreibt einfach nur, dass wir damit rechnen müssen, dass wenn wir uns klar zu ihm bekennen, dass es auch zu Zank und Streit und Zwietracht kommt und Feindschaft. Und das hängt ursächlich damit zusammen, was er in Vers 50 sagt, im Kapitel 12, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Das Strukturprinzip des Reiches Gottes, das mit Jesus neu angebrochen ist, ist Liebe und Ohnmacht. Ohnmacht in dem Sinne, dass zum Beispiel Jesus den Weg gegangen ist, sich demütigen zu lassen, zu Unrecht behandeln zu lassen, ja, zu Unrecht, ungerecht verurteilt zu sterben. Das ist das, was er hier anspricht, die Leidenstaufe. Dass er mit ganz großem, furchtbaren Leid getauft werden wird, also in furchtbares Leid hineingetaucht wird. Im Neuen Testament gibt es ja diese drei Taufarten. Die Wassertaufe, dass der Mensch umkehrt zu Gott. Die Taufe des Johannes zu unterscheiden von der christlichen Taufe. Die Wassertaufe des Johannes war eine Umkehrtaufe. Der Mensch wollte sich reinigen und umkehren, um dem Messias begegnen zu können. Das war die Taufe des Johannes. Und dann die christliche Taufe, dass Menschen, nachdem sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sich hineintaufen lassen in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi und so schicksalsgemein werden mit ihrem Herrn, der ihnen vorangegangen ist. Die Wassertaufe als Bekenntnis des Menschen zu Gott und als Bekenntnis Gottes zum Menschen. Und dann die Geisttaufe. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Begriffe dafür. Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Salbung, Geisttaufe, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wie man das auch immer nennt. Da gibt es ja viel Auseinandersetzung drüber, auch in der konfessionellen Landschaft zwischen den Anhängern verschiedener Glaubensrichtungen und Konfessionen. Ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass es nicht um die Frage geht, ob ich eine bestimmte Erfahrung vorweisen kann. Die ich dann mit so einem Begriff wie Geisttaufe belege. Sondern dass es viel mehr darauf ankommt, nicht dass ich quasi beweisen kann, dass ich den Geist habe, den Heiligen Geist Gottes, sondern dass es darauf ankommt, dass der Heilige Geist mich hat. Dass es gar nicht so sehr darum geht, bestimmte Erfahrungen vorweisen zu können oder Daten oder Dinge, die für andere dann vielleicht auch schemenhaft nachvollziehbar sind, schematarhaft nachvollziehbar sind, sondern dass es schon immer Gottes Absicht war, dass seine Leute sich leiten lassen durch den Heiligen Geist, dass sie ihm zur Verfügung stehen und dass sie in dieser Abhängigkeit von ihm leben, als geisterfüllte Menschen, die immer neu sich abhängig machen von Gott. Für mich bedeutet das, dass ich immer und immer wieder, zum Beispiel vor besonderen Aufgaben oder Tätigkeiten, Gott darum bete, dass er mich mit seinem Heiligen Geist erneut erfüllt. Also Wassertaufe, Geisttaufe und hier jetzt Leidenstaufe. Und wir begegnen Jesus hier ganz menschlich, wie er Angst davor hat, vor dieses Hineingetauchtwerden in das Leid. Und wer auch nur eine kleine Ahnung hat von dem, was da geschehen ist vor Golgatha in den Folterungen und dann in der Kreuzigung selbst, der kann sofort nachvollziehen, warum man vor diesen unendlichen Schmerzen und diesem völlig brutalen Leid Angst hat. Und Jesus hatte auch Angst davor. Aber so spricht er von seiner eigenen Leidenstaufe. Der Apostel Paulus schreibt im Philippabrief, dass er nicht nur Jesus kennenlernen will und die Kraft seiner Auferstehung, sondern auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Und das schwingt in diesem Text hier auch mit, wenn Jesus sagt, es wird Zwietracht kommen, es wird Auseinandersetzung kommen, es wird Feindschaft geben. Und er spricht von seiner eigenen Furcht vor der Leidenstaufe. Wer Jesus Christus ernsthaft folgt, der wird auch mit dieser Dimension in unterschiedlicher Weise Bekanntschaft machen, dass Jesus folgen auch bedeutet, Teil an seinen Leiden zu bekommen. Weil das Strukturprinzip der gefallenen Schöpfung, das Strukturprinzip des Bösen, dem Strukturprinzip des Reiches Gottes, der angebrochenen Herrschaft Jesu Christi entgegensteht. Und so ist es bei weitem nicht immer leicht, dem Willen Gottes zu folgen, bei weitem nicht immer leicht, Jesus zu folgen, weil wir auch Widerstand bekommen, weil wir Widerspruch ernten, ja, weil wir vielleicht sogar dafür angegriffen werden. In unseren Breiten ist der Widerstand gegen den christlichen Glauben noch nicht mit Gewalt verbunden. In sehr vielen Ländern unserer Erde ist das mit brutaler Verfolgungsgewalt verbunden. Und unsere Schwestern und Brüder, zum Beispiel in Nordkorea oder im Sudan, in Nigeria oder im Iran, die haben wirklich Teil an den Leiden Jesu Christi und können etwas davon sagen, wie sie Angst haben vor der Leidenstaufe, ja, und wie sie auch die Leidenstaufe erlebt haben oder auch gar nicht überlebt haben. So ist dieser Text sehr ernst. Er zeigt uns eine dritte Dimension von Taufe. Es gibt im Neuen Testament nicht nur die Wassertaufe, nicht nur die Geisttaufe, sondern auch die Leidenstaufe. Und ich möchte uns heute an dieser Stelle das Bewusstsein dafür schärfen, dass der Glaube, die Nachfolge Jesu uns, auch etwas kosten darf. Und wenn uns das begegnet, dass wir daran nicht verzagen, dass wir vielleicht in der einen oder anderen Weise auch für Jesus leiden müssen. Das ist ein Teil der Nachfolge und wohl dem, der darauf vorbereitet ist und wohl dem, der Jesus treu bleibt, auch wenn es etwas kostet. Herr Jesus Christus, das hören wir alle nicht gerne. Niemand von uns möchte gerne leiden. Wir sind alle leidensscheu. Und doch wissen wir, dass du ins Leiden gegangen bist, freiwillig, um Vergebung der Sünden und ewiges Leben zu erwirken, durch das Kreuz und die Auferstehung. Und wir sind dir unendlich dankbar dafür, dass du der Schmerzensmann geworden bist und dass du das alles auf dich genommen hast, um den Weg zum Vater und den Weg in die Ewigkeit freizumachen. Dafür danken wir dir und beten wir dich an. Und jetzt bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir auch diese Dimension, dass uns die Nachfolge etwas kosten darf, ja, dass sie uns auch wehtun darf, dass wir diese Dimension bejahen und nicht überrascht sind, wenn wir von Widerspruch und Widerstand und teilweise auch von Feindschaft betroffen sind. Hilf uns, Herr, zu verstehen, dass das zu allen Jahrhunderten zu denen gehört hat, die dir ernsthaft nachgefolgt sind. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns die innere Kraft gibst, vorbereitet zu sein und zu verstehen. Leiden für dich ist Leiden mit dir. Und so haben wir Gemeinschaft an der Kraft der Auferstehung, deiner Auferstehung und an deinem Leiden, damit wir zum Ziel gelangen und in der Schicksalsgemeinschaft mit dir bleiben. So bitte ich dich, Herr, dass du uns mutig machst, auch Kosten, auch Leiden zu bejahen, um dir treu zu sein und auch dadurch dazu beizutragen, dass die Kraft deines Evangeliums und der Fortschritt des Reiches Gottes auf dieser Welt deutlich sichtbar wird. Dazu hilf uns, Herr, grundsätzlich und auch heute. Amen. Ja, vielleicht ist heute ein Tag unsere eigene Leidenscheu und Feigheit ins Gebet mit Jesus zu bringen und ihm zu sagen, dass wir bereit sind, neu bereit sind, dass es uns etwas kosten darf, dass wir ihm folgen und dass wir für ihn einstehen. Das ist kein leichtes Thema, wie jeder gemerkt hat. Aber wer hat gesagt, dass es leicht ist, Jesus zu folgen? Das Lukas-Evangelium in diesen Kapiteln, die wir jetzt in den nächsten Tagen hören, spricht immer wieder von Dingen, die uns auch herausfordern und die uns zur Ernsthaftigkeit rufen. Und das ist kein Zufall. Jesus hat uns zur Ernsthaftigkeit gerufen, weil die Nachfolge Jesu eine ernsthafte Sache ist. Das war die Atempause heute am 21. September, Donnerstag. Wassertaufe, Geistaufe, Leidenstaufe nach Lukas 12, 49 bis 53. Gott segne dich, Gott behüte dich, Gott mache dich mutig und gelassen, ihm zu vertrauen in allem, was dir begegnet, was es auch immer sein mag. In diesem Sinne, bis morgen. nichtcep readen, gehen gehen, RETAUFETUHA, nehm vinde, es au been, dass der Gesetzentwurf erleben und frustrier Schiff